Ich mag ihn jetzt nicht, aber ich finde Basti ist momentan der Beste, der hier überhaupt irgendwas macht. Da hinten ist Alex. Was? Welche Alex? Unsere, ja. Sie sitzt da, glaube ich. Echt? Wie kommt Annie dahin? Ja, weiß ich nicht. Annie sitzt doch da oben in der 6 oder so. Echt? Ja, Jessie hat mir immer gesagt, Annie sitzt bei dir. Ja, weiter, weiter! Oh, 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 oh. Es ist ok. Warte mal, wir machen gleich mal das 1 zusammen. Mit deinen Armen, oder? Es steht da oben jetzt Papa, Jessi, Basti steht! Oh mein Gott, das war krass! Meine Tante! Ja! Meine Tante kommen nie zum Eishockey, nie! Wie geil! Oh mein Gott! Oh nein! Oh, ich dachte schon! Weiter so! Oh! Oh! Kämpfen! Miriam, komm! Oh! Der Ball! He, der ist hier drin! Hier ist er! Komm! 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 Der ist jetzt nicht wirklich mit Hallenschuhen. Mit Hallenschuhen? Mit Hallenschuhen. Für die Halle. Für die Fußballhalle oder so was. Oder die Sporthalle. Oh nein. Ich wäre jetzt auch mit meinen Hallenschuhen von Sport hierher. Das war das Gründe zum Gründe mit dem Tor. Und das ist in der Phase, wo die Reden ausbrennen. Alle versuchten und machen gerechtlich werden. Dann haben wir uns jetzt schon mal das Tor recht zu spielen, in dem diesjährigen Gas abkappt hat. Oh feiner, weiter! Er hat hier noch irgendwas geschrieben. Ja. Neuer Spielstand. Also 5 zu 0 für Nick Corner. Schieb! 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 Einer rauf! Ich hätte doch mal meinen Stift und Zettel gewinnen sollen. Ich habe zu Chris gesagt, ich will was aufschreiben, was die besser machen können und so. Er macht das ja auch bei mir beim Fußball. Mitte! Mitte! Ja! Oh! Fass mit Korra aus Korra! Da war die Entspäuter. Hält mich mal in der Fertur. Ich glaube, sie schießen überhaupt nicht auf. Entschuldigung. Ich meine, die steht für. Wir werden nicht mit Aufnahme, ja. Ja! Was ist das? Ich dachte, die haben wir drinnen. Sehr schön, Miri. Doch, er ist doch da. Ja, jetzt auch, wenn wir nicht da sind. Es müsste ja eigentlich bald vorbei sein. Kannst du den Ton rausschneiden? Ja, jetzt! Im heutigen Spiel des Karsack-Fan-Hockey-Kaps-Lauter im letzten Spiel. Ja, weiter! Ja, weiter! Ja, da! Spielschreit nochmal. 15-0. Blau-Funk-Nektor. Tiger! Tiger! Da ist Tiger! So aufpassen, hinten ist einer! Hittermann, Hittermann! Achmann! Boah! Ja! Hat sie? Ja! Ja, ist sicher! Ja! 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 Schaffst du es nicht? Boah! Ist für mich am 15. mit meiner BF die Nägel. Aber wir gehen gleich nach der Schule. Wir sind in der Schule. Wir sind in der Schule. Aber die Gruppe ist an der Schule. Und das geht nicht mehr. Und die sind jetzt in der Schule. Wir sind in der Schule. Wir sind in der Schule. Das war das heutige Spiel.